Synthastischen Guten Morgen Freunde in Sympathia City der Sympathischsten Stadt in Minecraft mit dabei. Heute der Pet, den holen wir gleich ab, aber vorher Freunde, gestern war der Livestream und vielen Dank an alle, die zugeschaut haben bei Pet. Es war mega, es hat mega Spaß gemacht, mal mit euch zu reden live. Und ja, wir zeigen euch noch kurz, was passiert ist im Livestream gestern. Denn natürlich haben wir im Livestream vieles gemacht, da sind noch viele Leute ins Hotel gezogen. Und zwar zeige ich euch das mal ganz kurz, wer ins Hotel gezogen ist, wer jetzt an der Rezeption arbeitet. Aber auf jeden Fall nicht traurig sein, wenn du es heute nicht bist, dann jeden Sonntag hast du die Chance ins Hotel einzuziehen. So, wir haben zum einen den Südforst 04, den Chaos Boy 1337 und die Marianne, die beim Donutladen arbeitet und die Anja, aber bei der haben wir gerade noch ein paar Skin-Probleme. Also, gestern sind vier aktive Leute eingezogen und wenn du Lust hast, auch ins Hotel einzuziehen, musst du einfach nur das Video liken, kommentieren und ein Abonnent sein, einfach ganz aktiv sein, dass wir dich irgendwie wiedererkennen und dann hast du die Chance, hier einzuziehen. Aber jetzt haben wir genug geredet, jetzt hole ich mal den Pet ab, denn wir haben was Schönes vor heute. So, klopfen wir mal drei. Klopf, 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 Petty. Hallo, ich bin noch in der Garage, ich packe die Autos um. Bist du in der Garage? Ja, genau. Moment. Die Autos umgepackt. Ja, Pet, mein Freund. Na? Ah, na, wo drückt der Schuhe? Wie geht's dir? Hast du es schon mitbekommen? Was denn? Was am Strand gemacht hat, so ein, quasi ein Aquarium, so ein Freiaquarium. Hä, nee, was ist denn Jens los? Da müssen wir unbedingt hin, oder, später? Ja, auf jeden Fall. Noch mal ganz kurz, guck mal, Freund, was da hinten ist, dieses Weiß-Rote. Wow, echt gruselig, ne? Das ist gestern im Stream passiert, das ist das Clown-Haus von der Clown-Familie, das zeige ich euch noch mal ganz kurz, bevor wir zum Strand gehen, denn... Mhm. Das ist nichts für Schlachen, also jemand, der jetzt gerade nicht unbedingt... Ja, stabil ist, ne? Stabil ist. Ja, sowas wegstecken kann. Dann, ich öffne die Tür in drei, zwei, eins... Bääääää! Oh, Pet! Freunde, guck mal, hier. Baldi ist da, der Clown, Granny, und da ist... Hey, Baldi! Hier ist Giftwasser. Also, Freunde, das hatten wir gestern alles im Stream gemacht, und ey! Ah, Pet, nein! Ja! Ich sterbe! Puh, naja, ich würde sagen, Pet, ich hol mal kurz meine Badesachen. Ja! Dann lassen wir uns nicht lumpen, oder? Bei Zombo an dem Strand. Nee, würde ich auch sagen, ab in die Offensive. So, das kennen wir ja, ne? In die Offensive. Ja! So, habe ich noch ein Handtuch hier. Ja, mein lila Handtuch habe ich noch. Ähm, sonst noch irgendwas? Brauche ich noch was? Nö, eigentlich nicht. Passt du alles, Pet, für den Strand? Ja, ja, ich bin ein bisschen ausgestattet. Okay, mal gucken, ob ich hier noch irgendwas liegen habe in der Kiste. Na, nö. Ich würde sagen, noch ein paar Bücher lächer noch mit. So. Und dann gehen wir mal los. So, zack. Pet, auf geht's. Auf geht's, warte, ich bin noch im Meerjungfraumos unterwegs. Warte, hier, siehst du? Oh, Pet. Ja, warte. Die Jungfrau. Ja. So. Ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter, oder? Machen wir. Mal gucken, sind viele Autos da? Boah, geht. Die ist ja nicht so üblich. Aua. Können wir die Fallen hier mal wegmachen langsam? Ja. So, ganz kurz. Ja, ach, der Strand. Einfach schön hier, ne? Immer schön, dass es auch so ist. Ah, Zombo. Oh, Zombo und Tommy. Oh, die haben ein Problem. Ey, auseinander hier, ne? Back. Kein Streit hier, ihr beide. Kurze Frage, Zombo. Wie sieht's denn aus mit dem Aquarium da hinten? Okay, wir können uns ein Boot gleich schnappen und dann können wir da hinfahren. Alter, das sind Haie. Soll ich dir mal zeigen, wie man ein Haie hinschwimmt? Keine Ahnung. Voll, ich bin Experte. Nee. Ich würde sagen, Pet, lang warten wir nicht mal. Wir fahren jetzt mal zu den Becken vor, oder? Ja, genau. Dann lass uns das mal machen, denn ich bin auch, wie ich schon erwähnte, Haiexperte, ne? Ja. Lass mich am besten mal vor. Warte, ich zeig dir, wie das geht. Dann nimm dir mal so ein Bildchen. Ja, warte, ich zeig dir, wie das geht. Weißt du was, ich brauch gar kein Blödchen. Ich kann einfach so rüber schwimmen, alles gut. Hier sind die Delfine drin, Pet. Ja, ja. Guck mal, hier kannst du auch mal eine Rüstung anziehen, wenn du reingehst ins Wasser. Komm, wir tun mal ein bisschen mit Delfinen schwimmen, Freunde. Okay. So, hast du die Brustbatte genommen? Äh, ja, hier. Oh, danke, das weiß ich erst. Die freuen sich schon auf uns, hörst du die? Ja, oh, jetzt fängt es an zu regnen. Ich würde sagen, Pet, ich gehe mal als erstes rein und... Wuhuuu! Oh, macht es Spaß, mit Delfinen zu schwimmen. Guck mal hier. Oh ja, oh ja, das sieht gut aus. Machst du schön. Komm auch mal rein, Pet. Ja, mach ich, warte. Und, oh. Oh, was denn das schöne Tier? Habt ihr sowas auch schon mal gemacht, Freunde, mit Delfinen geschwommen? Wow. Mega. Die sind echt... Wie tief ist es denn hier? Oh, so tief war ich noch nie. Nee, Mann. So, guck mal. Weiter runter. Ja, genau da. Hier bin... Jetzt bin ich am Boden. Guck mal, Pet. So. Weiter nach unten. So, das sieht doch aber gut aus, ne? Und jetzt, ich muss hoch. Ich verliere hier gerade. Ich auch. Aua. 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 Freunde, ich kriege Damage. So. Puh. Okay, danke. Also, ich würde sagen, mit den Delfinen haben wir genug geschwommen. Wollen wir zu den normalen Fischen gehen? Würde ich sagen, ne? Aua. 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 So, mal kurz alles wieder reinstellen. Zack. Oh. Moment. So. Aua. Ey, mein Boot. Okay, hier sind uns gut. Hier sind die Fische, ne? Ja. Komm, lass mich mal kurz hier. Ich steig mit ein, einfach. Oh. So. Hier hinten sind die Fischis. Mhm. So, die normalen. Oh, das sind auch Quallen und so. Mega, Pet. Mega. Sieht klasse aus. Guck mal, das Boot da unten ist jetzt so grün. Quallen gehen, Quallen fischen, Quallen fischen. Mal gucken, sind die aggressiv? Alle Tiere sind freundlich. Ich habe hier ein bisschen... Brot ist hier. Kann man die ein bisschen füttern? Willst du auch? Mit Brot? Na ja. Komm, willst du auch ein bisschen füttern? Hier, komm. Fischis. Fischis, bisschen Essen für euch. Ja. Der kleine springt hier an. Hast du noch eine... Soll ich mal gucken, ob wir noch eine Angel haben bei Dings? Ja, lass uns mal gucken. Ich gucke, ob noch eine Angel... Oh, ich bin hier im Becken drin. Hallo. Wie ist das mit den Schwimmen zu... äh, Fischen zu schwimmen? Nicht schwimmen, zu Fischen. Das Ganze ist ganz entspannt hier. Sagen wir es mal so, ne? Mal gucken, ob wir hier noch, ähm... Angeln haben. Nee. Keine Angeln? Keine mehr da, leider. Ah, schade. Aber egal. Die sind ja extra hier. Die soll man auch, glaube ich, nicht angeln, die Fischis. Nein, nein. Aber... Wo ist es mit denen zu schwimmen, Pat? Es macht Spaß auf jeden Fall. Aber das habe ich schon öfters gemacht, ne? Ich meine, wenn man so im Meer schwimmt oder so, dann hat man ja auch mal Fische, mit denen man schwimmen kann, ne? Aber das ist jetzt keine spezielle Erfahrung. Aber hier, Pat. Ey, hör mal auf. Hör mal auf. Pat, wir müssen uns erst mal, bevor wir hier reingehen, die Dings anziehen, die Rüstung. Oh, ist das eine Hai-Rüstung? Ja. Das ist eine Hai-Rüstung, siehst du ja. So, sehr gut. Trauest du dich überhaupt da reinzugehen, Pat? Ich würde es nicht machen. Ich traue mich das nicht nur. Ich mache sogar... Nein, mach es nicht, Pat. ...beschlossene Augen. Warte. Mach es nicht, es ist gefährlich, Pat. Siehst du, drei, zwei... Nein. Geh nicht rein, Pat. Siehst du, es klappt doch alles. Alles easy hier. Alles gar kein Problem. Die sind doch mega nett zu mir. Sicher? Aua! Ah, der beißt mich. Echt jetzt? Ja, der hat mich gebissen. Nur so ein bisschen. Aua, der ließt sie. Ey, nein. Alter, Hilfe. Ah, mein Bein. Alter, Hilfe. Pat, ich bin euch durch. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich schaue es auch nicht. Nein. Nein. Aua. Pat, nein. Ich habe es auch gekriegt. Pat, wo bist du? Ich bin bewusstlos. Hier unten. Hier auf dem Boden. Ah, im Wasser. Ich sehe dich nicht. Hier. Andere Becken. Hier. Oh Gott, Pat. Hier, befreu mich. Wir müssen unsere Sachen holen. Wir müssen schnell wieder rüber. Ja, schnell, 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 schnell. Die Haie haben einfach unser ganzes Zeug gerippt. Unpassbar. Sieht ja mal mega aggressiv. Ich dachte, die sind nett. Da dachte ich auch. Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott. Komm, Pat, komm, 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 komm. Ich bin auf Weg. Wo bist du? Bist du auch hinter mir? Nein, ich habe eine Abkürzung genommen. Okay, okay. Aber du bist schneller. Das kann sein. Wir müssen schnell wieder vorgehen. Die haben einfach unser ganzes Zeug. Das kann doch nicht wahr, Steinern. Oh Gott, oh Gott. Ich komme hier nicht raus. Und ich dachte immer, man kann mit Haien befreundet sein. Dachte ich auch. Dachte immer so. Das heißt, es gibt ja auch ein Lied. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Jetzt guck mal, Freunde. Als ob die sind... Aua. Da will ich mich auch wieder angreifen, der hier. Ey, du Frichtachs. Oh Gott, Freunde. Es wird jetzt Nacht. Was sollen wir machen? So. Pat, komm, wir probieren es noch einmal. Wenn es jetzt nicht klappt. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ja, wenn es jetzt nicht klappt, dann müssen wir unsere Sachen einfach liegen lassen. Ich werde vom Heif befolgt. Oh Gott. Gehst du runter? Ja, ich habe meine Sachen für euch. Ich auch. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Die umzingelt dich, Tim. Nein. Ah, Pat. Ach, nein. Wir schaffen es nicht, Tim. Wir schaffen es nicht, Pat. Komm, wir lassen es. Das klappt nicht. Wir lassen es lieber. Oh mein Gott. Die haben dich zu acht umzingelt. Nee, das war nicht mehr normal. Ich würde sagen, ich muss mich jetzt ein bisschen ausruhen, Pat. Ich bin völlig kaputt. Ja, ich kann es verstehen. Oh Gott, die Schmerzen. Ich würde sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Schaut beim Pat vorbei. Wird mich mega tolle freuen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020